Ja hallo Messerfreund und herzlich willkommen zu einem neuen Video und einer neuen Marke hier bei mir auf dem Tisch und nämlich Bestech Knives. Ich habe ja Ritchie getroffen und habe mir mal ein paar von den Modellen ausgeliehen. In der Schachtel kommt dieses Teil. Bestech Knives Professional Manufacturer, also hier die chinesischen Firmen die Professional Manufacturer sind und Titan Frame Lock Folder mit S35VN rausballern, die sprießen wie Pilze aus dem Boden. Ich komme da schon gar nicht mehr nach, mich da mit allen zu beschäftigen. Aber wenn man natürlich die Möglichkeit hat etwas genauer anzuschauen, dann komme ich natürlich gerne nach. Hier haben wir das neue Modell BT 1706 B. Ich glaube das gibt es noch gar nicht so. Das ist ganz brandneu. Ich habe es jetzt mal in Shops gesucht als Kaisen. Das kann man dann ab März kaufen. Aber hier haben wir es schon mal auf dem Tisch. Sieht auf jeden Fall schon mal rasant aus. Das Modell Predator. Haben sie auch Fett auf die Klinge geschrieben. Das wird ihm Stefan bestimmt nicht gefallen. Dass das hier so mördermäßig fett draufsteht. Vor allem hier hat man ja diese Aussparung. Das hätte man ja hier rein machen können. Oder ein bisschen kleiner. Man hat hier wirklich alle Informationen drauf, die man braucht. Predator S35VN. Und auf der anderen Seite das Logo sowie Bestech Knife. Das wiederum ist schön dezent. Und hier drin, das ist okay. Das hat mir gefallen. Das finde ich gut. Aber warum sie hier das Predator in so riesig fetten Lettern da draufballern, hätte man auch schön klein hier rein machen können. Oder einfach weglassen. Aber sei es drum. Ja, Titan Framelock Folder. Ah genau. Das kann man jetzt wegmachen. Kommt noch in dieser sehr guten Nylon Pouch mit Mikrofasertuch. Da kann man zwei Messer reinpacken. Ja, ist immer okay. Kann man in der Preisklasse mit dazu legen. Womit man dann schon beim Preis werden. Ich habe es jetzt in einem Shop gesehen, wie man es dann kaufen kann. Ab März. Und da wird es gelistet im Moment für 212 Euro. Ja, das ist es halt inzwischen für die ganzen Titan Framelock Folder mit S35VN. Wenn es nicht die absoluten No-Name-Dumping-Modelle sind, die man dann günstiger kriegt, ist es so ein bisschen, fängt es jetzt eben halt so an. 200 Euro muss man inzwischen immer für hinblättern für einen Titan Framelock S35VN mit dem China Folder. Und das ist... Also mir wäre sowas eigentlich dann schon zu viel. Vor allem in der Masse, wie die Marken und die Folder gerade auf die rausgepresst werden. Das ist ja inflationär. Und genau so werden sich auf jeden Fall auch die Preise von den Messern später im Gebrauchtmarkt verhalten. Also wer solche Dinger cool findet, einfach ein bisschen warten. In einem halben Jahr kriegt er die wahrscheinlich im Gebrauchtmarkt nachgeschmissen für den Honig oder so. Aber Verarbeitung von dem Ding ist wirklich top. Wir haben hier wunderschönes Carbon drin, was mir gefallen hat. Der Clip, der ist richtig schön elastisch. Das kann man wunderbar in die Rosentasche einfädeln und wieder rausnehmen. Wir haben einen Überdehnungsschutz und einen Stahleinsatz, damit wir hier keinen Sticky-Lock kriegen. Das kann man wunderbar mit einer Münze nachziehen. Ein bisschen Tanto-Klinge kommt auch immer cool. Womit wir da aber schon beim einzigen Manko wären. Das Messer kam hier alles andere als scharf an. Also die Geradeschneide, da kann man sagen, ja, hat eine Gebrauchsschärfe. Aber hier vorne, da kann man schon von stumpf sprechen. Also das schafft hier nicht mal der Papierschnitttest. Das geht gerade noch so durchs Papier. Aber müsste man auf jeden Fall nochmal ordentlich übers Leder ziehen. Und hier vorne müsste man wahrscheinlich sogar schleifen. Erstmal scharf machen. Das ist hier sehr, sehr dick direkt nach der Phase. Gut, das ist auch robust ausgelegt. Das ist für Penetration und seitliche Bewegung vorne mit einer extrem robusten Spitze. Aber scharf ist es in dem vorderen Bereich nicht. Da kann man schon von stumpf sprechen. In dem Bereich, was man sonst so gewohnt ist an Rasierscharfen Messer, die jetzt kommen. Hier auf der Langgerade Gebrauchsschärfe. Man kann damit Sachen schneiden, aber sie rasiert nicht. Und Papierschnitttest ist auch nicht gerade die Kür gewesen. Ich meine gut aussehen tun die Dinger ja. Kugellager. Die Dinger laufen wie so. Klingen sitzen absolut mittig. Hier haben wir noch drauf. Das ist First Production ran. Das Modell. Und wir haben hier das Modell 96 von 130. Also brandneu. Schauen wir mal, was die Jungs hier davor bastelt haben. Eine Klingenstärke von, ja so 3,8 Millimeter. Gewicht 115 Gramm. Ja, das ist prima. Klinge dürfte ganz gute Abmessungen haben. Selbst hier an den kürzesten Punkt schon 9 Zentimeter. Also 9 Zentimeter an den kürzesten Punkt. Die Schneide ist bei der Geometrie sogar noch ein bisschen länger. Und wir haben hier ganz genau fast 94 Millimeter von der Spitze bis hier Ende der Schneide. Und wir haben eine Gesamtlänge von 21,1 Zentimeter. Das ist also schon ein richtig ausgewachsenes Taschenmesser hier der Predator. Die Klinge fällt. Mal gucken, ob ich es einfangen kann. Also zack. Selbst mit Druck vom Detent geht das hier super rein. Und wenn man den Detent Ball überbrückt. Also läuft auf einem super guten Kugellager. Da kommt der Flip Spaß nicht zu kurz beim Predator. Hinten recht elegant mit Titan und Carbon. Und wenn man es rausflippen lässt, richtig Agro mit Tantospitze. Ja, kommt noch schnell an, so wie immer. Vergleichsmesser. Das Pioneer. Also ihr seht es. Ausgewachsener Folder. Ja, Pastic Knives. Ja, war wieder was Neues. Aber halt, ja, über 200 Euro dann jetzt auf dem Markt. Nicht ohne. Muss so jeder selber ein bisschen für sich wissen. Aber sowas, ich sag jetzt mal, Anführungszeichen auf, No-Name, Anführungszeichen zu, Marke gekauft. Ja, Pastic. Wann kam die raus letztes Jahr? Na ja. Schön versenkt hier. Kann man dann ja durchziehen. Ja, Verarbeitung ist top. Ich meine, diese ganzen Titan-Frame-Lock-Foller, die jetzt auf den Markt kommen, da inzwischen haben sie ihre Maschinen super im Griff. Da kann man nicht mehr meckern. Aber Reputation haben die Firmen und Marken halt leider noch nichts. Ich sag mal so als einziger da. Reate Knives von David Deng, der so ein bisschen die Anfänge für dieses Ganze gelegt hat. Ja, da würde ich schon sagen, das ist einer der großen, der bekannten, wo auch amerikanische Designer und Messermacher zu ihm gehen und dort Messer produzieren lassen. Vitec, oder ne, V-Nice, wie hieß es ja, die haben ja rausgeballert, da war ja letztes Jahr am Stand auf der IBA, die hatten ja Schränkeweiß-Modelle. Da verlierst du langsam den Überblick. Also wirklich inflationäres Auftreten dieser Marken, Modelle und Messer. Da kommt man gar nicht mehr nach mit vorstellen. Ja, es wird noch ein zweites Video geben mit einem weiteren Titan-Frame-Lock-Folder und dann haben wir noch den Budget-Folder. Je nachdem, wie die Videos kommen in irgendeiner Reihenfolge. Aber den Budget-Folder, den fand ich richtig cool. Okay, das war es mal hier mit dem neuen Predator von Bestech-Knives. Sieht cool aus, dürfte noch ein bisschen schärfer sein und, jo, Preis, sage ich mal, einfach zu hoch. 150 Euro würden es auch tun, 212. Äh, steht nicht auf meiner Einkaufsliste. Okay, Freunde, danke fürs Reihenzellen, wir werden komponieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hilbidi und immer schön Gier-Eintraten. Ciao.